Lufstrahl und er trifft wieder und jetzt könnte er evo die... Eventuell tot sein? Nein! Jetzt setze ich sogar meine Schwächsattacke ein. So, nämlich Tekko. Wow, Tekko. Tot. Level 24, ich nicht. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin eines wohl etwas zu locker angegangen. Hey, Ratsfratz entwickelt sich. Geil. Ratsfratz, Ratsfratz, Ratsfratz. Alter, das ist voll das Geil-Pokémon. Seht euch das mal an, wie geil groß das ist. Und es sieht aus wie eine Ratte. Ratsfratze wurde zu Rattekal. Tragosso gefangen, würdest du mich verarschen? Wieso hattest du das nicht in meinem Inventar, du Lügner? Aha, das heißt, ich kann hier erstmal nicht lang. Alles klar, ich verstehe es. Ich muss sagen, ich habe ein Ratte-Kal. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh, scheiße, jetzt ist meine Familie runtergefallen. Nein! Okay, ah, hier ist Ausgabe. Alter, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hier noch produziert werden. Ich habe nur gesehen, es sind schon über sieben Stunden. Und ich habe noch nicht mal... Ich habe gerade mal zwei Orden, oder? Ne, drei. Von acht, dann noch die Pokémon-Liga. Uiuiui. Scheiße, das wird viel. Nein. Bisher ist man record Zelda Ocarina of Time. Über 100 Folgen. 17 Stunden, glaube ich. So, Fahrrad. Wir fahren mal wieder Fahrrad. Und wenn... Ah, die hat irgendwas... Sagt irgendwas mit dem Mondstein. Welches Pokémon ist süß? Pummelik oder Kuschelik? Äh... Gar keins. Wahrscheinlich hat sie Pummelduf und Pipi. Oder Pipi und Pummelduf. Radikal. Boah, geile Ratte. Hyperzahn. Joho! Achso, Volltreffer. Na, du wirst wohl nicht Gesang machen hier. Nein, wie kann er mit Ruck-Zuck-Heep nicht treffen? Das ist so scheiße. Jetzt aber. Das war's mit Pipi. Jawohl. 21. 21, komm. Ach. Hyperzahn. Noch mal Pipi? Punkt. Noch mal Hyperzahn. Nicht schlecht radikal. Bald bekommt's ja wahrscheinlich Superzahn. Hör auf. Ist eigentlich zu gemein. Bin ich aber. Oh Mann. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ich brauch unbedingt Flügelschlag, weil in der nächsten Arena sind überall Pflanzen-Pokémon. Da kann sich Taubogat prächtig entwickeln. Wenn sie mal eine Flugattacke bekommen sollte. So, Radikal. Hyperzahn. Boom. Oh, 24. Bis. Ja. Hyperzahn. Und tschüss, Pocano. Level 21. Superzahn? Fragezeichen? Nein. Dafür nehme ich jetzt mal Schillok. Ich muss sagen, meine Pokémon sind richtig stark geworden. Vor allem Schillok. Hallo, der war Level 10. Ach. Diese Hülle hat alles weggebracht. So. Blubstrahl zieht nicht alles ab. Aber einiges. Und Aqua Knarre Rupenschlag. Ist sie denn noch bei Sinn? Ich verstehe es halt nicht. Ich werde es nie verstehen. Vulpix ist tot. Ich habe keinen Schaden bekommen. Schattel wird wieder normalisiert. Na gut. Er besiegt Spieler. Und der Spieler gibt mir... Eieiei. Viel. Warte, warum leckt denn das jetzt? So. Der nächste. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Wenn das da stand. Das konnte ich nämlich nicht mal lesen. Da musste ich improvisieren. Ein Streber. Oh Gott. Bring ihn an. Bring ihn an. Slimer. Nein. Wir haben doch Gift. Und so einen Scheiß. Ticker Hyperzahn. Wow. Vorteilbar. Aussetzer dumm. Kann ich rückzuglief machen, dann war es das schon. Slimer. So. 24 EPs. Doch viel. Oh, Slimer kommt jetzt schon. Ui. Den könnte ich vielleicht auch haben. Schlammwad. Gib die Wolke. Ach, verdammt. Der wenn ich schlechte Final habe, dann ist er schon drauf. Schlammwad auf jeden Fall. Hat er immer. Kenne ich noch vom Pokémon Stadium. Pokémon LP. Aussetzer natürlich. So einen Scheiß hat er auch. Hyperzahn gibt ihm den Rest. Und damit ist Radikal jetzt schon wieder Level 22. Das ist ja flott. Flott, flott. Der war auch 19, ist ja wieder 22. So. Der nächste Slimer. Sehr einfach. An Hyperzahn. Genügt schon. Bumm. Na gut, fast K.O. Ist ausgewiesen sogar noch. Bestens. Ruckzuckib gibt Slimer den Rest. Den Rest. So. Ich lasse jetzt einfach Radikalqual vorsterben. Ist mir egal. Ist das nicht logisch? Doch, Streber. Hast dich wohl verrechnet. So. Was? Oh Gott, was ist denn das hier für? Die Schule macht Spaß. Pokémon zu trainieren. Aber auch. Die Schule macht Spaß? Keine Ironie, wa? Okay, das ist wohl Sarkasmus. So. Das anzigste Pokémon nennt sich Smogon. Oh nein, 26. Ey, komm, verarsch mich nicht. So, bist du doch nicht mal mein höchstes Pokémon. So, Hyperzahn. Da zieht sich so viel ab jetzt. Gift. 12, 11. Da hab ich noch Smog. Und das gibt mir jetzt den Rest. Das war's halt egal. Was? Ich hab überlebt? Das ist doch logisch, aber. Na gut. Ich bring mich selbst um. Mit. Mit. So, als nächstes kommt dann Tauboga. Und ich hoffe einfach, dass Tauboga jetzt beim nächsten Level, ähm, der Flugattacke bekommt. Ansonsten muss ich die irgendwie bei diesem Casino da erspielen. Wo ich gleich hingehe. Ich glaub, da war ein Krasino. Weiß ich nicht mehr ganz genau. So. K.O. Smogon wurde besiegt. Ash besiegt Streber. Okay. Ich geh lieber zur Schule. So, die ignoriere ich jetzt einfach mal hier. Dann geht's weiter. Bin hier durch. Vielleicht mach ich das später. Ich weiß es nicht. So, gleich bin ich da. Hä, wo bin ich? Ah, da. So, jetzt bin ich in, ja, keine Ahnung, wie der Ort heißt. Mal sehen, wie die Musik ist. Ach ja, hör ich ja nicht. Warte, irgendwo konnte mein Mann was bekommen. Hier, glaub ich. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Belt in deinem Gameball. Ich hab kein Gameball hier. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Wie soll das gehen? Ich bin auf dem Laptop, du Fallpfosten. Ach, was der für ein Möller hat. Evoli könnte ich jetzt reinwickeln, aber die passt nicht in mein... Startdeck. Juhu, Fahrradfahren. Juhu. Und er trägt noch nicht mal einen Helm. Oder ist es... Doch, das ist ein Helm, glaub ich, ne? Nee, Quatsch, das ist nicht. So, ein Pokémon-Center brauch ich nicht. Kaufhaus. Nee, das ist kein Kaufhaus. Bloß weg hier. Hier ist das Kaufhaus. Nee, hier. Super, super, super Markt. Hier kann man auch ein paar TMs, glaub ich, kaufen. Aber wenn, muss das in dieser Etage, glaub ich, sein. Hallo, ich habe Kräftigkopf. Moment, Moment, Moment. Hä? Einmal so geschenkt? Dummkopf. Okay. Mal sehen. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich will was kaufen. Ja, leck, leck, leck. Pukke, Pukke, Feuerstein, Sonderstein, Wasserstein, Plattstein.